Normalerweise schmeckt mein Schenderkaffee himmlisch, aber heute stimmt irgendwas mit meinem Kaffee nicht. Es fühlt sich wie eine himmlische Annahme an, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ich als Erdling könnte der Sache nur auf den Grund gehen. Da müssen wir nachschauen. Ja, das ist die Kaffeedose für den Notfall für die Inspisionen. Ja, das ist die Kaffe. Brennt, Engel des Wahnsinns. Aber vergesst nicht, euch vorher mit der heiligen Silikonpaste einzucremen. Denn nur die kann euch wirklich vor den wahren Flammenengeltod beschützen. Aber das Ritual muss trotzdem vollbracht werden. Hier haben wir einmal Sternekonfetti. Hier haben wir einmal Schlangenkonfetti. Und hier haben wir einmal Glitzerkonfetti. Junge, was ist das? Wie wäre ich jetzt hier gelandet? Warum regnet das so? Ich muss zurück zu den Engeln. Warum? Die haben irgendwas heraufbeschworen. Irgendeine Naturgewalt. Jetzt ist alles verregnet. Warum ist der Baum beschmiert? Das ist ein Zeichen. N R F. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber egal. Okay. Hier sind die. Okay. Okay. Die sind hier an einem anderen. Irgendwas muss hier passiert sein. Jetzt ist alles nass. Irgendwas muss hier passiert sein. F***. Ich bin verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich bin einfach nur verwirrt. Ich bin eigentlich nur verwirrt. Ich bin einfach noch vorwärts. Okay, okay, okay. Nein, nein! Nein, 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 die Engel! Okay, die Regenwolken, sie ziehen vorbei. Es besteht noch Hoffnung, die Engel zum Brennen zu bringen. Die Engel des Wahnsinns müssen brennen. Die Engel des Wahnsinns. Die Engel des Wahnsinns. Fuck. Okay. 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 Vielleicht helfen da einfach nur ein paar saftige Ladycracker. Okay. 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 Vielen Dank.